Bei der Helsanenstedt-Bach arbeiten rund 1800 Mitarbeitende. Das Schöne ist, dass wir den Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung so haben, dass wir auch kreativ arbeiten können. Wir haben einen vielgestaltungsfreien Raum und wir treffen auch aufgrund der Grossraumbüro sehr viele Kollegen auf den Gängen, wo man gerade geschäftliche Sachen zwischendurch erledigen kann, was zum Teil sehr förderlich ist.